Gehört, gesagt, getan. Der Podcast des Regionalzentrums für Demokratische Kultur, Mecklenburgische Seenplatte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Gehört, gesagt, getan. Es begrüßen Sie heute wieder Katrin Depperschmidt. Hallo. Und ich, Sophie Lübcke. Katrin, wir sind heute ja auch wieder im Studio, das heißt ja jetzt Mediatop Neubrandenburg. Genau. Genau, und nicht mehr NB-Radio-Treff. Und wir sind hier mit einem Gast. Richtig, heute ist Theodora bei uns. Sie ist Schülerin hier in Neubrandenburg und macht jetzt gerade ein Praktikum bei uns. Und da wir im Regionalzentrum ja immer auch an den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen interessiert sind. War es spannend, auch mal in den letzten zwei Wochen mehr Einblicke in diese Lebenswelt von Jugendlichen zu bekommen. Ja, genau, das stimmt. Einfach mal zuhören, was Jugendliche so beschäftigt, was ihre Themen sind und so. Und da haben wir uns dann gedacht und überlegt, das könnte ja auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer interessant sein. Also, was wir richtig spannend fanden, sind ja auch so die Medien und Plattformen, auf denen sich Kinder und Jugendliche bewegen. Und deshalb haben wir uns schon mal in Sachen TikTok weiterbilden lassen. Vielleicht wird das sogar mal neues Medium zur Präsentation unserer Themen und Angebote für die Zielgruppe auf TikTok, oder Sophie? Ja, also, wer weiß, es war auf jeden Fall total spannend, da ein paar Einblicke zu bekommen von Theodora. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht länger über sie reden, sondern mit dir. Hallo, Theodora. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen, Theodora. Ja, klar, gerne. Also, mein Name ist Theodora, ich bin 14 Jahre alt und ich gehe in die 9. nächste Klasse. Wir haben ja anfangs schon erwähnt, dass du momentan ein Schülerpraktikum bei uns machst. Und wir hoffen natürlich auch, dass dir unsere Themen und Aufgaben gefallen. Das tun sie tatsächlich sehr doll. Also, ich finde es sehr, sehr spannend. Ja, was sollst du jetzt auch anderes sagen? Aber wir sind ja heute nicht hier, um über das Praktikum zu sprechen, sondern um mit dir ins Gespräch zu kommen, was junge Menschen in dieser Region bewegt. Und was beschäftigt euch so, Theodora? Ich glaube, so das Hauptthema ist der Klimawandel, aber auch Digitalisierung, soziale Ungerechtigkeit und nicht wählen gehen dürfen. Inwiefern beschäftigt euch das Klima, also beziehungsweise der Klimawandel? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, es ist ja bekannt, dass der Klimawandel ein Problem ist, dass jetzt vor allem die Generation, die jetzt langsam erwachsen wird, also meine Generation, betroffen ist vom Klimawandel. Viele Jugendliche, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich glaube, viele fühlen sich alleingelassen mit ihren Ängsten und wünschen sich einen klaren Fahrplan für die zukünftige Klimapolitik. Was genau macht euch Sorgen? Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wir machen uns Sorgen über unser Leben in der Zukunft auf dieser Erde. Wir haben einfach Angst vor all den Veränderungen, die ja nicht wirklich positiv sind, die die Veränderung des Klimas mit sich bringen wird oder teilweise jetzt auch schon mit sich bringt. Und Klimaforscher sagen ja jetzt schon, dass zum Beispiel Wetterextreme immer häufiger werden. Und das macht natürlich Angst. Was genau erwartet ihr von einem Plan? Also, ich glaube, wir erwarten Handeln. Wir wünschen uns, dass endlich wirklich gehandelt wird und zwar jetzt. Denn so in zehn Jahren, da ist das dann schon zu spät, weil da kann man nicht mehr wirklich was ändern. Zum Beispiel Stichpunkt 1,5 Grad. Sag mal Theodora, welche politische Ebene sprichst du damit denn gerade an? Weil Bundesregierung, Landesregierung, einzelne Stadtvertretungen, Kommune, jeder hat ja seinen eigenen Wirkungskreis. Wie zum Beispiel gibt es ja Kommunen, die schon Klimaschutzkonzepte auf den Weg gebracht haben oder die sogar auch schon Klimamanager auf den Weg gebracht haben. Was genau meinst du? Ich meine eigentlich jede Ebene, weil jede Ebene soll in ihrem Rahmen einen Beitrag leisten für den größeren Klimaschutz. Der Klimawandel sucht sich ja nicht einzelne Ebenen aus, sondern ist ein größeres Problem, was uns ja alle betrifft und dadurch auch jede einzelne politische Ebene. Du erwähntest vorhin noch die Digitalisierung. Kannst du dazu noch näher was erläutern? Ja, klar. Ich glaube, es hat sich durch Corona gezeigt, wie unterschiedlich weit die Schulen digitalisiert sind. Das hat das Lernen von zu Hause für einige SchülerInnen schwer und teilweise fast unmöglich gemacht, weil sie zum Beispiel kein technisches Endgerät zu Hause hatten, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Und das war aufgefallen und hoffentlich gibt es da einfach bald eine Möglichkeit, dass alle Schulen digitalisiert werden und dass dann alles funktioniert, falls eine weitere Zeit des Homeschoolings auf uns zukommt. Was genau braucht Schule denn dann nach deiner Meinung oder nach der Meinung auch der anderen Jugendlichen? Ich glaube, wir brauchen geschulte Lehrkräfte, die wissen, wie man mit technischen Geräten umgeht und mit Softwares. Und wir brauchen Endgeräte für die Schulen, die SchülerInnen nutzen können, zum Beispiel in einer Homeschooling-Situation. Also geht es nicht um digitalen Unterricht im Klassenraum mit Whiteboard zum Beispiel? Also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass das noch kein Muss ist. Also ich denke, das kommt mit der Zeit. So digitalerer Unterricht im Klassenraum ist cool, aber ich finde, es geht gerade eher noch um, wie gesagt, Endgeräte. Und weil zum Beispiel, es gibt jetzt schon Lehrkräfte, die auf die Idee kommen, einfach Online-Hausaufgaben aufzugeben. Und das stellt dann für viele ja doch ein Problem dar. Sag mal, am Anfang hattest du noch von sozialer Ungerechtigkeit gesprochen als eines der Themen, was euch so beschäftigt. Könntest du da nochmal näher eingehen? Ja, da passt das ja mit dem Endgeräte ganz gut. Also es kann sich ja jetzt nicht jeder ein Endgerät leisten und dafür andere gleich mehrere gute, teure. Und genau da fällt uns diese soziale Ungleichheit auf. Ich habe schon öfter gehört, dass das auch einige belastet, vor allem vielleicht die, die aus sozial schwächeren Familien kommen oder zum Beispiel aus Familien, wo die Mutter alleinerziehend ist, weil sie dann teilweise gar nicht wissen, ob sie sich geldtechnisch ein Studium überhaupt leisten können. Habe ich das richtig verstanden? Ihr wünscht euch, dass das Wahlalter auf 16 herabgesetzt wird? Mit dem Nicht-Wählen-Gehen, was du erwähnt hast? Ja, auf jeden Fall. So wie es momentan aussieht, dürfen wir ja tatsächlich bald ab 16 wählen. Aber auch schon bevor es ein großes politisches Thema war, habe ich schon von vielen gehört, dass das ein dringender Wunsch ist, weil viele haben jetzt auch schon im Alter von 14 bis 17, 18 eine eigene politische Meinung. Klar, nicht alle, aber viele und die haben natürlich dann auch den Wunsch, über ihre Zukunft mitzuentscheiden. Aber es gibt ja auch schon andere Möglichkeiten, mitzuentscheiden oder mit Politikerinnen ins Gespräch zu kommen. Wisst ihr, dass es diese Möglichkeiten gibt? Habt ihr davon schon mal was gehört? Also ich persönlich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Jugendlichen ist, aber ich gehe stark davon aus, dass das nicht wirklich ein Ding ist, von dem Jugendliche wissen, dass es dort Möglichkeiten gibt. Was gibt es da denn für Möglichkeiten? Ja, einige gibt es da schon. Zum Beispiel bieten BürgermeisterInnen Sprechstunden an oder man kann StadtvertreterInnen ansprechen oder man kann sie per Mail kontaktieren oder man kann sogar StadtvertreterInnen-Sitzungen besuchen und man kann auch Kontakt zu Wahlkreisbüro von Abgeordneten des Landtages oder auch des Bundestages aufnehmen oder man kann sogar selbst Mitglied einer Partei werden und mitgestalten. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich wusste gar nicht, wie gesagt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Na siehst du, gut, dass du hier bist. Aber auch an deiner Schule kannst du dich natürlich einbringen. Als KlassensprecherIn oder zum Beispiel in der SchülerInnenvertretung oder ihr habt sogar Klassenräte in der Schule. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man dieses Schulleben aktiv mitgestalten kann. In der SchülerInnenvertretung bin ich ja tatsächlich und kann da etwas an meiner Schule ein bisschen verändern. Na siehst du, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ja, Theodora, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke, die du uns und den Hörerinnen und Hörern mitgegeben hast. Ja, danke schön auch für das Gespräch und danke schön für das tolle Praktikum bei euch. Auch das freut uns aber zu hören. Also mit dir hat uns das auch viel Spaß gemacht. Du warst eine ganz interessante Schülerin. Das war sehr spannend. Aber leider müssen wir jetzt schon zum Ende kommen. Und vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Ich fand es auch total interessant. Vielen Dank. Ich bin auch so ein bisschen hängen geblieben, dass ihr nicht wusstet, welche Beteiligungsmöglichkeiten es gibt. Und ich finde es immer schade, weil es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, sich irgendwie einzubringen oder mit den Entscheidungsträgern, TrägerInnen ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht noch eine kleine Werbung für dich und vielleicht auch deine Freunde, Freundinnen in der Schule. Wir haben eine Erklärvideoreihe zum Thema Beteiligung. Und da ist wirklich ganz kurzweilig in den verschiedenen Episoden mal ganz einfach erklärt und dargestellt, was man eigentlich alles machen kann. Und das hat unsere Kollegin gemacht und ja, wir können das eigentlich nur wärmstens empfehlen. Aber auch natürlich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie daran Interesse haben, das alles finden Sie, findet ihr auf unserer Webseite unter www.cjd-rz.de. Da sind auch unsere Kontaktdaten, falls Sie noch irgendwie Anregungen oder Ideen haben oder Fragen, können Sie sich jederzeit bei uns melden. Genau, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. 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 Tschüss.